Es ist 10 Uhr. WDR aktuell. Die Nachrichten mit Matthias Wurms. Guten Tag. Der US-Militäreinsatz in Afghanistan ist nach fast 20 Jahren endgültig beendet. Alle amerikanischen Soldatinnen und Soldaten haben den Flughafen in Kabul verlassen. Im Land sind noch immer hunderte deutsche Staatsbürger. Bundesaußenminister Maas hat im Nachbarland Pakistan noch einmal gesagt, man wolle ihnen weiter die Möglichkeit geben, aus Afghanistan herauszukommen. Wie das genau gehen soll, ist noch nicht klar. Den Nachbarländern hat Maas weitere Finanzhilfen zugesagt, um die Region zu stabilisieren. Wir haben bereits 100 Millionen Euro für humanitäre Hilfe bereitgestellt. Mit weiteren 500 Millionen Euro wird die Bundesregierung auch die Nachbarstaaten über konkrete Projekte und Maßnahmen unterstützen. Mit dem Geld soll unter anderem das Grenzmanagement und die Prävention von Terrorismus verbessert werden. Die Lage in der afghanischen Hauptstadt Kabul ist Bewohnern zufolge aktuell ruhig. Bundesweit ist die Zahl der Arbeitslosen im August im Vergleich zum Vormonat weiter gesunken, auf 2,58 Millionen. Die Arbeitslosenquote lag unverändert bei 5,6 Prozent. Das meldet die Bundesagentur für Arbeit. Zur Lage auf dem Arbeitsmarkt in Nordrhein-Westfalen, Ute Scheins, WDR Wirtschaft. Auch in NRW hat sich der Arbeitsmarkt im August weiter erholt. Die Zahl der Arbeitslosen verringert sich auf rund 700.000. Das sind etwa 80.000 weniger als noch vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sinkt auf 7,3 Prozent. Das ist eine gute Nachricht, denn normalerweise stellen die Betriebe in den Sommerferien weniger Leute ein. Doch in diesem August haben insgesamt 40.000 Menschen eine neue Stelle gefunden. Weiterhin schwierig ist jedoch die Situation auf dem Ausbildungsmarkt. Die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber, aber auch der Ausbildungsplätze ist deutlich zurückgegangen. Rein statistisch kommen auf jeden Bewerber 1,5 Stellen. Weitere Meldungen im Überblick. Im US-Bundesstaat Louisiana sind einige Orte für Rettungskräfte nach dem Durchzug von Hurricane Ida noch immer nicht erreichbar. Bewohner aus einer Region nahe der Stadt New Orleans meldeten, sie seien nach wie vor von Wasser eingeschlossen. Im Zusammenhang mit dem Hurricane wurden bislang zwei Tote bestätigt. Die Zahl der Opfer könnte noch steigen. Die Bundesschülerkonferenz hat mehr Geld für Luftfilter in den Schulen gefordert. Ihr Sprecher sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, nötig sei eine Milliarde Euro zusätzlich. Bisher will der Bund 200 Millionen Euro bereitstellen, um Luftfilter zu kaufen. Damit es an den Schulen so normal wie möglich läuft, fordern die Schülerinnen und Schüler auch unkomplizierte Impfangebote. Die Verbraucherzentralen in Deutschland sind dafür, eine Abgabe auf Zucker in Süßgetränken einzuführen. Ihr Chef Müller sagte, in Großbritannien habe eine solche Limo-Steuer Erfolge erzielt, um die Ernährung zu verbessern. Die zuständige Ministerin Klöckner ist gegen den Vorschlag. Bei den Paralympics haben die deutschen Radsportler sechs Medaillen gewonnen. Gold gewann die Bonnerin Annika Zayen im Zeitfahren mit dem Handbike. Vor neun Jahren holte sie schon einmal einen Titel im Rollstuhl-Basketball. Außerdem gab es in Tokio noch zweimal Silber und dreimal Bronze für deutsche Zeitfahrer. In den Städten, die vom Hochwasser extrem betroffen waren, wie beispielsweise Stolberg oder Eschweiler, ist ab heute und bis Freitag ein Infomobil unterwegs. Experten aus der Wasserwirtschaft bieten Hilfe bei Fragen zum Schutz oder zum Wiederaufbau der Häuser. Irene Goyer, WDR Aachen. Viele Betroffene aus Stolberg oder Eschweiler haben in den letzten Wochen bereits beim Wasserverband Eifel-Ruhr oder bei der Städteregion angerufen, um Rat und Hilfen zu bekommen. Mit dem Infomobil soll die Suche nach den richtigen Ansprechpartnern nun vereinfacht werden, so der Wasserverband. Das Mobil steht heute Nachmittag ab 14 Uhr auf der Marienstraße in Eschweiler. In den nächsten Tagen ist es im Wechsel in Stolberg, in Ficht, Eschweiler-Aue und in Weißweiler. Wer Unterlagen über seine Schäden hat, kann diese mitbringen, damit die Experten gezielter helfen können. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen, ab dem Mittag wird es überall freundlich. In Mainertsagen bei 19 Grad, in Halle bis 22, in Krefeld bis 23 Grad und so ähnlich bleibt es bis zum Wochenende. Das war WDR aktuell. Das war WDR aktuell.